Hier ist gartenvideo.com, mein Name ist Markus Kobbelt. Der erste geröstete Grün-Tee. Mit dem Rös-Prozess sind die ganzen Oxidationsvorgänge sozusagen gestoppt worden. Jetzt wird der Tee noch gerollt. Warum gerollt? Schauen wir mal hier. Nehmen wir das mal auf die Seite. Überbleibsel unseres Männerhaushalts hier im Bad Zwischenland. Ich bin momentan mit meinem Sohn hier im Bad Zwischenland. Ich wohne ja in der Schweiz in Bux und arbeite diese Woche in unserer Baumschule im Bad Zwischenland. Nur ich und mein Sohn und da liegt halt immer mal was rum. Warum rollen? Ich mache das jetzt, das wird natürlich maschinell gemacht, aber wir machen das jetzt mal, wir machen das jetzt mal, probieren das mal. Probieren das mal. Der Grund ist, um wirklich die übrig gebliebenen Zellen, die zu öffnen, die ein bisschen zu verletzen, so dass das aromafrei wird und dann auch leichter in den Tee reingeht. Darum wird das gerollt. Die meisten Teeblätter sind schon automatisch vom Rös-Prozess gerollt. Man sollte nicht so lange rösen, bis gar keine Feuchtigkeit mehr da ist. Das Trocknen kommt jetzt dann, aber doch so stark, dass wie gesagt genügend Hitze da ist, dass die ganzen Prozesse der Oxidation gestoppt sind. So, jetzt geht es dann nur noch in den eigentlichen Trocknungsprozess, wenn gerollt ist und dann ist der Tee eigentlich soweit fertig. Wir haben fast ein bisschen zu lange geröstet, habe ich jetzt das Gefühl, man hätte es ein bisschen kürzer machen können, den ganzen Rös-Prozess. Aber beim ersten Mal sind einige Fehler erlaubt. Mal schauen, ob der Tee es uns verzeiht. Hm, wie geht es weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht es zur Lubera.com, dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier, hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. Hier, ja hier gibt es gartenvideo.com, wo Sie einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier, ja hier gibt es Gärten.com, wo es mehr Gartenunterhaltung und mehr Garteninformation gibt. So geht es weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.